Hey, willkommen zu einem neuen Video und ja, ihr seht schon, es ist kein normales Video, es ist irgendwie, ich glaub, Season 7 Gameplay oder so, aushautnah. Und es ist einfach ein kleines Ankündigungsvideo. Vielleicht haben schon einige von euch bemerkt, ich bin ab jetzt, also Samstag, den 10.8. im Urlaub. Aber ich hab vorproduziert, ich hab so gemacht, dass jeden zweiten Tag ein Video kommt. Und während ich im Urlaub bin, gibt's auch ein neues Format. Und zwar Dari's Never Uploaded Videos. Klingt relativ lang und so, aber ganz einfache Erklärung. Es sind einfach Videos, die ich geschnitten hab, aber nie hochgeladen hab, weil ich irgendwie keine Lust mehr hatte oder so, keine Ahnung. Aber ja, ich find's halt ein bisschen zu schade, die auf meine Festplatte vergammeln zu lassen. Und wenn ich eh schon nicht da bin, kann ich ja einfach die hochladen. Und ja, wenn ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich schon auf der Fahrt. Aber ja, habt noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.